Öl, Sir, schon wieder! Ja, ich hab's doch gewusst. Steh das Vogelstänger ab und dreh das Benzil zu. Es ist zu heiß, Sir. Es glänzt. Herr Tom, noch mal, ihr müsst es zu drehen. Und passt auf, dass keine Funken fliegen. Und ihr seht zu, dass ihr wegkommt. Hier kann alles in die Luft fliegen. Los, beantaut euch, das ist dran gefährlich. So nachts schon. Ihr müsst löschen. Löschen, ihr Idioten. Kann doch nicht wahr sein. Kein Wasser, nehmt Sand. Muss man euch dann alles erzählen. Blöde Bagage. Mr. Firehound. Wie tief ist die Bohrung? 500 Fuß. Lange breit ist schon. Noch nicht lang, ist ein Eben. Ich brauch Dynamit. Dynamit. Seid ihr wahnsinnig. Die Explosion entzieht dem Feuer den Sauerstoff. Ich brauch Dynamit. Ich muss wissen, was ihr tut. Der Kerl ist doch total wahnsinnig. Ihr da oben, weg da. Alle in Deckung. Los, ihr habt's gehört. Alles in Deckung. Bravo, Mr. Firehound. Bravo. Wer mit dem Feuer spielen sollte Hitze vertragen können, Mr. Forster.